herzlichen willkommen zu einer weiteren folge landschafts 2019 wir fahren jetzt zur 416 und machen die raussaat baumwolle für die mission weiter werden wir weiterhin strom verkaufen strom resten muss das element durch sein kauf ich jedenfalls man glaubt es wird auf diesem feld auch gleich gekalkt also feld 1 muss kalk drauf und feld 2 ist aktuell die aussaat hafe und seht haben wir richtig arbeit auch so langsam und sicher ich denke mal die baumwolle die rausschaft wird noch nicht fertig werden eine kleine maschine im rüsenfeld brauchst du eigentlich 2 so kommt nicht mehr klar ich denke mal das ist eine version von cosplay das macht er ja auch mit dem mit dem kalken kann das genau so quält aber nicht gut dass die dinge da wird irgendwann kommen wir machen ja jeden Tag fehlerbeseitigung aber nicht gut dass die dinge da wird irgendwann kommen fehlerbeseitigung das ist eine strohballen fast fertig so jetzt fahren wir los und oben wieder stroh bevor wir das feld mit kalk aufbringen können wenn wir einfach eine strohverkaufung sind wir wollen jetzt den ton anpassen für mausgeräusche beim windrad ist das ganz deutlich da kann man es hören so umwelt die macht zehn prozent weniger da bisschen mehr und da auch ein bisschen mehr könnte noch ein bisschen naja würde nicht ganz einfach herzustellen wenn man dichter ist ist gut jetzt ist weiter weg hört man wieder nix Hauptsache ich bin zu hören woher nicht ich kann noch nie sagen das ist die Poppiklau-Kluppe nur zu leise kann sie wirklich erkennen die zählen zwar den Balken aufschlagen aber das ist grainy ich muss mal OBS ausprobieren da muss ich mal Testreihen durchführen ich kann das ist ja nix dran da muss ich ich kann ich habe nichts dran nix dran ja die d schiebt der eins Hern will er fallen Ich muss kurz krein gehen und trecke. Das lohnt sich. Ich muss kurz krein gehen. Ich wollte mal schauen. So, wieder voll. Dann müssen wir auf Gras gehen, auf Grasfeld fahren. Über die Richtung. Dann würde ich mal schauen, wie der Wachstum tut uns. So, ob man sich anzeigen kann. Erdereif, Gras. Kommt. Es wird gut. Ah, Gras. Festzeit. Gut, sechs Stück. Kapps auf. Eins. Kappe. 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 Sechs Stunden. Aha. Dann wissen wir Bescheid. Ah, Schaden wird locker. Jetzt ist ich gerade wieder. Entschuldigung. Er quillt sich. Töne. 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 Eh. Töne. Er quillt sich. naja so, da geht es ja k-verkehr ist ja laut und der eigenen LKW ist nicht zu hören oder ganz wenig Umwelt umwelt 20 prozent eine Auszimmerung Ausmutter Ausmutter wahre freude über 6.000 mehr als netzstroh ente pro ladung so knapp mit geld oh ja, das ist ein wenig reiniger So! Und die Beier. So wie ein Kram war. Also kommt die Soja in 6 Stunden, das heißt, kurz nach 18 Uhr. Ungefähr so zu viel Zeit. Jetzt geht es mal. Ich habe ja auch Gas. Hier vorne würde ich wirklich viel ernten. Es geht immer nicht rauf. Eigentlich ein Metrischer. Da will ich mit... bewusst. Ich bin der Partnerbaum. Was für eine Mission mit mir wird noch ein Geld. Ich bin der Partner, hier. Aber ich habe es mir, schnauze. Ich gebe dir, und bis hier, diese Beteiligung. Ich bin der Partner, Ich bin der Partner mit mir. Ich bin der Partner, ich bin der Partner. Ein Korea. Ich bin der Partner. so ist wieder ein vollgetrappt jetzt fahren wir ganz schnell verkaufen wir Strom so rüber zwischenzone frustrierend aber ist ja eine B-Darung nicht beschweren kostet ja auch nix aber irgendwann wird schon klappen wird es für euch nicht besser gehen spürbar besser wenn wir so arbeiten freunde das war es für die zuschauer das war es für die jetzige folge würde mir ein like freuen gerne mein abo dank von voraus oder hinterher winke winke und dabei bis zum nächsten bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal